Dieses Jahr haben wir auch den Lieferanten die Möglichkeit gegeben, sich mit unseren Kunden auszutauschen. Die Exchange steht dieses Jahr auch insbesondere unter dem Motto Connecting by and Supplier, weil vor allen Dingen durch die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit entsteht, echte Weltschöpfe. Sie dürfen sich darauf freuen, die Innovationen für die nächsten zwei Jahre von Unventus direkt zu erfahren, wie wir sie in Digitalisierung, Industrie 4.0 und vor allem in der Digitalisierung ihrer Beschaffungsprozesse sowohl seitens Einkäufer als auch Verkäufer unterstützen werden. Am 17. und 18. Oktober ist es soweit. Die Unventus Exchange 2017 findet statt. Connecting by and Supplier ist das Motto. Ganz viele tolle Referenten, Trends und Innovationen. Das heißt, ein rundes Paket an zwei Tagen. Freuen Sie sich drauf. Sie haben spannende Partner da und kommen Sie zur Exchange. Save the date, 17. und 18. Oktober in der Manufaktur B26 bei Stuttgart. Seien Sie dabei, auf keinen Fall verpassen wir. Das ist gut. Das ist eine revêt, 16. und 18. Oktober in der Manufaktur. Also Socialisierung sonic